Äh, einmal, du kannst wieder zurück. So, ich brauche noch ein Eisen. Ein Eisen kriege ich hier easy. Ah, ich brauche nur noch den, den... Nicht-Kompressor. Wie heißt der denn jetzt? Äh, äh, zeig es mir mal schnell kurz. Äh, nicht Generator, sondern... Doch, der Generator. Ist der Generator? Ach, ne, den Kinetic Dynamo, natürlich. Copper... Och, ach Gott. Aber die habe ich so unten, oder? Mensch, oder, machen wir es jetzt gleich richtig. Kinetic Dynamo, da brauche ich diese Copper Wires. Und ich glaube, ich habe... Oder das waren nur diese... Dingspumsen. Die Fibers. Copper Wire 2. Wow. Wow. Damit kommen wir jetzt nicht weit. Warte, dann gebe ich mal die über Kinetic Dynamo ein. Dann finde ich ihn schneller. Kinetic... Ke... Kinet... Okay. Hoppala. Äh... Was? Copper Plates und einer Schere. Hatte ich hier auch nicht irgendeine... Oh mein Gott, das ist ja noch Copper Wires, oder? Ne, das sind L4 Wire Coors. Ist falsch. Äh, Copper Wires. Bin ich doof? Okay, anscheinend habe ich die nicht. Okay, dann war das drüben. Äh... Habe ich hier noch eine Schere rumliegen? Jawohl. Dann gehe ich schnell rüber. Also, was ist ja fix gemacht. Das dauert ja jetzt nicht 30 Stunden. Ähm... Habe ich hier noch Copper drin? Ich habe hier keinen Copper drin. Ach, ne, hier waren die. Nicht im Item hier habe ich die. Aha. Da habe ich ganz viel Copperingels. Ähm... Oh, die Schere ist auch fast tot. Ähm... Ein Forge Hammer. Eins... Also, eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Habe ich Stickies? Gleich habe ich Stickies. So. So. Und dann kann ich nämlich einfach das Kupfer so rausnehmen. Muss den nicht extra zu. Ich bin so viel Zeug hier drin. Äh... Hier und dann den Forge Hammer. Ach, da brauche ich die Platten draus. Okay. So rum. Jetzt habe ich keine Schere mehr. Das heißt, ich brauche nochmal zwei Eisen. Falscher Knopf. So. Ähm... Ähm... Da brauche ich jetzt wieder Stickies. Ach. Wie viel brauche ich denn davon? Acht. Ach so, lol. Guck mal, jetzt habe ich zwölf. Warum habe ich denn jetzt mehr gemacht? Jetzt brauche ich wieder ein Eisen. Jetzt habe ich zwei Eisen genommen. So. Nochmal drei Eisen und zwei Redstone. Warte, das kriege ich hier jetzt nicht mehr rein. Ich muss kurz rüber zum Blumending und die Blumen da reinpacken. Also das, was an Blumen ist. Okay, es passt einiges rein. Ähm... Redstone habe ich drüben. Das eine Eisen habe ich jetzt nicht mitgenommen. Nee, natürlich nicht. Okay, dann nehme ich das Eisen. Jetzt gehe ich noch schnell runter, hole das Redstone. Und dann machen wir schnell den Dynamo fertig. Ein Eisen. Weil für's Redstone muss ich ja eh hier rüber. Das muss ich auch noch ändern. Das wäre sonst immer eine ewigige Rennerei. Eins, zwei. Los, mein Dizer. Ach scheiße, ich brauche drei. Oh, ich bin dumm. Oh, ich bin zu dumm. Na gut, ich gehe als erstes pennen. Und dann kümmere ich mich darum. Zack. In die eine Hälfte meines Doppelbettes. So. Moment, ich muss hier kurz... So. Ähm... Zwei Eisen noch. Stimmt. Naja, siehst du, jetzt ist das auch... Ich habe aber, glaube ich, keine. Doch, habe ich noch. Ja, das gehört raus. Dafür gehst du rein. Jetzt ist das Problem hier. Nein, das ist wieder falsch. Das war keine Lösung für das Problem. Zack. Dann habe ich den Weg, der mich wieder korrigiert. Ach Gott. So viel zu tun hier eigentlich. Eins, zwei. So. Jetzt habe ich den Dynamo. Sehr gut. Mal darüber hüpfen. Weil jetzt sehe ich auch, wie groß das ist. Ähm, lass mich da mal kurz hoch. Das ist die falsche Axt. Da. Mhm. Dann gucken wir mal, ob das da schon so hinpasst. Aber ganz knapp. Da kann ich keine Deko mehr hinmachen. Okay, da muss das eins... Ne, es passt nicht weiter hin. Oh, das muss... Oh, 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 oh. Das muss noch ein ganzes Stück weiter hoch. Ui, ui, ui. Ah, das ist besser, oder? Okay, dann wird die doch ein ganzes Stück größer, als ich dachte. Oh, oh, oh. Ich habe keine Ahnung, was ich da unten noch... Weil ich gehe ja jetzt quasi in diesen Block rein. Wenn ich dann hier... Ja, das ist die Musse hoch. Okay. Ja, ja, hier kommt ja noch Treppen und etc. hin. Genau. Dann gehen wir nochmal runter. Äh, weil dann muss ich hier jetzt drüben bauen. So. Aber ich brauche... Ich muss es ja noch wieder machen, weil die gehen ja nach oben weiter, ne? Ach, dass Mühlen immer so groß sein müssen. Das ist ja schlimm. Äh, hier. Ich schläft gerade meine Hand ein, beziehungsweise ist meine Hand eingeschlafen. Das ist ganz sehr unangenehm. Weil jetzt schläft irgendwie nur der kleine Finger. Aber ich muss auch jetzt dann... Nein, das war falsch. Was habe ich denn gemacht? Ich muss jetzt dann auch mal eine Aufnahmepause machen. Weil mir meine Stimme leider abkackt. Und ich heute noch nichts gegessen habe. Und ich jetzt gleich kochen muss. Vielleicht komme ich heute Nachmittag noch mal dazu, weiterzubauen. Das wäre zumindest zu wünschen. So. Also da habe ich noch gar keine Wand fertig. Hoppala. Da habe ich auch das Holz noch nicht drin. Okay. Na, noch eins. Und jetzt hier noch. Da haben wir das wenigstens auch direkt zu. So, hier ist jetzt der Dynamo. Ich kann noch eins nach innen reingehen. Weil dann kann ich mit dem Dach wieder eins rausgehen. Ich weiß aber wirklich nicht, ob ich das möchte. Weil ich will mit dem nicht eins rausgehen. Weil dann kann ich hier drin nämlich direkt mit der Verkabelung alles machen. Oder ich mache es hier noch zwei höher und dann gehe ich wieder eins rein. Ich habe jetzt dann eh keine Sterne mehr. Ach, scheiße. So, war das nicht gemeint? Ach doch, ich habe noch ein bisschen. Aber für einmal ganz rum reicht es trotzdem nicht. Und dann würde ich quasi wieder eins reingehen. Ich lasse mich mal hier kurz hoch. Aber nicht viel. Nur so zwei. Und dann kommt hier draußen das Dach hin. Ja, aber da muss ich jetzt warten. Was da das Problem ist. Moment. Auwe. Genau, und dann kommt hier die Mühle eben rein. Und dann kommt da quasi das Dach mit drauf. Es wird eine... Es wird eine... Eine Knubbelige Mühle. Oh, lol. Ich habe wieder richtig viel Pinkschleim. Ich kann mal gleich noch warten, bis der Schleim durch ist. Ach so, ja, ich kann ja mehrere pflanzen. Hahaha. Ich habe keine Ahnung, wie lange der dauert. Huch. Äh, warte, komm mal her. Da, nochmal zwei. Sehr gut. Ich glaube, Pinkschleim müsste ich dann auch genügend haben, weil jetzt habe ich genügend Diamanten und dann genügend... Ich könnte mal gucken, welche Linse ich einsetzen muss, damit ich Emerald kriege. Weil Emerald ist gerade auch wichtig, damit wir für die... Für die Sachen und... Ja, alles fällt raus aus der Schublade... Äh... Zum Kotzen. Ähm... Damit wir aus den... Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube, das war das tatsächlich... Gustav aus dem Nichts. Ja, ich glaube, aber... Ich glaube... Ich glaube, ich komme jetzt mit einem... Ich... Ich glaube, ich komme jetzt mit einem... Das sieht irgendwie nicht danach aus. Lens. Ach, Leim wahrscheinlich, ne? Ich glaube, ich habe eine normale Linse. Ich brauche nur noch grünen Farbstoff. Hellgrünen. Wo kriege ich hellgrünen Farbstoff her? Keine Ahnung. Das ist orange. Das ist blau. Was bist du? Pink. Du bist gelb. Okay, ähm, Leim. Was will drys? Ah, und ich nehme normalen grünen mit... Ich weiß nicht, ob ich... Oh Gott, oh Gott. Habe ich sowas noch? Vielleicht habe ich ja schon grün unten in den Blumen und weiß es noch nicht. Aber ob ich das jetzt heute noch hinkriege, ist die Frage. Ich habe da Light Blue, Purple, Orange. Das ist Botania. Ah, lol. Geil. Okay, dann schnell hoch. Bei der Linse habe ich noch. Dann packe ich das rein und kriegen wir Emerald. Bei der Scheiße. Sehr gut. Da. 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 Yes. Yes, 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 yes. Und jetzt klicken wir mal hier kurz drauf, damit sich das alles wieder einsortiert. Und dann packen wir die da rein. Ja, krass. Cool. Ne, das ist dir jetzt so ein Ding. Die Schöder. Zertus Quartz. Man und Fistung. Cone or Diamond or. Appetite or. Gut, die produziert auch wahnsinnig viel Energie. Hier habe ich noch nichts drin, ne? Nö. Okay, wir gehen mal pennen. Nochmal. Ab nach oben. Ab in den Schlaf. Ach, stimmt. Ich müsste noch Steine in den Ofen knallen. Das mache ich noch. Genau. Das wäre vielleicht noch ganz smart. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel davon. Dann muss ich die wieder farmen gehen. Oh. Oh. Ich packe mal zwei 64er Stacks rein. Und dann mal so. Das ist Oil Shale. Das ist Coal Ore. Dann mal ein paar mit und dann brechen wir die noch schnell auf. Und dann packen wir die Kohle in die zwei Öfen. Dann hätten wir das auch. Ich habe hier jetzt einmal 64. 64 und einmal 64. So, ist meine da. Das Lack weiter ausnutzen, das wir haben. Uh. Jawoll, ich kann den auch noch upgraden. Geil. Geil, 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 geil. So, was jetzt? Achso, die Kohle ist in meinem Rucksack. So. Dann gehe ich jetzt schnell mit. Toll, jetzt habe ich da nochmal Kohle aufgehoben. Die eine ist jetzt noch weggeflutscht. Da. Okay, dann gehe ich noch schnell runter und hole noch schnell einen Diamanten. So, was habe ich doch? Einen Emerald? Weil ich glaube, Emerald bringt mehr. Nehmen wir einen Diamanten mit. Und nochmal Lapis. Jetzt, weil ich nicht weiß, ob ich Glück tatsächlich noch weiter erhöhen kann. Aber ich glaube nicht, ne? Das hat letztes angezeigt, du hast das Maximum an Glück erreicht. Ach, Quatsch, da lang muss ich. So, komm mal her, Spitzenspalter. Da. Ja. Die erreicht den Maximum an Glück. Dann nehmen wir einen Diamant. Genau, dann wird die Durability nämlich hoch verdoppelt. So. Sehr gut. Dann nehmen wir auch da, äh, Diamant drauf. Sehr schön. Dann machen wir nachher, also was heißt nachher für euch, übermorgen weiter mit der Mühle. Für mich vielleicht nachher, je nachdem, wie man sich Stimme beruhigt. Und, ähm, ja, sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.